herzlich willkommen zu einer neuen folge minecraft underground und heute ist einmal husky jonas auf dem server und warum habe ich da unten auf jeden fall unser plan ist heute unsere wunderschöne base weiter zu bauen damit wir auf jeden fall noch ein zweites stockwerk haben vielleicht hier ein bisschen größer hinterbauen den einen oder anderen gangstum bauen und noch auf jeden fall unser feld oben ernten weil wir brauchen auf jeden fall mehr essen also ich habe eine idee könnten hier vor der tür so eine treppe hoch machen in die zweite etage das sieht so ein bisschen willenartig aus da könnte ich dann hier noch an den seiten zur kisten hin machen oder so oder irgendwas einlagern kann das wäre auf jeden fall sehr geil also ich habe eigentlich gedacht das dauert ein bisschen länger aber ich habe meinen treppen die seien direkt gefunden und so mich das haben so eine classic treppe da kommt dann hier also ich muss vorstellt diese zwei loks in kisten da kommen auf den beiden seiten kisten hin und vielleicht hier dann noch mal barrels oder so muss ich auf jeden fall noch was überlegen aber so gefällt mir auf jeden fall die treppe schon sehr gut also leute es ist auf jeden fall so fünf minuten vergangen und ich habe jetzt hier das alles gebaut noch ein bisschen ausgeleuchtet bis haske jonas geredet und da haben wir schon mal pläne für zukünftige folgen gefunden und da muss ich euch auf jeden fall noch ein bisschen gedulden es kann auf jeden fall noch etwas länger dauern sie 12 monate aber das wird auf jeden fall sehr krass aber ich meine plan wäre es jemand schlafraum zu machen weil ich wirklich bock habe ich habe wirklich bock einen richtig schönen schlafraum zu haben muss halt ein ganz kleines bisschen hoch gehen wo es so ein kreis aus glas ist wo ich dann schlafe so das ist richtig geil dann und hier drin so kleine pfosten wo ich dann fackeln dran machen kann dass es wird richtig geil aussehen aber dafür müssen wir erst mal anfangen okay ja echt wollen du meine rüstung die richtig unnötig ist nein weil ich hobbylos bin nee spaß man ist einfach geil aussieht noch ultra schön als auch die betten kann ich mal nach oben stellen und ich glaube wir haben auch nachts gerade wenn ich mich nicht über die roger vier von mal uhr fern hier unten hat sich die bette finden da kann ich mich noch direkt hinlegen und zum ersten mal hier oben schlafen auf jeden fall wir müssen es doch ein königswahl plattform bauen damit wir am freitag auf youtube den leistungen ab 18 15 uhr auf youtube den instrument die königswahl machen und werden können also ich hoffe auch ihr kommt dann auch darin also habe ich würde sagen wir bauen es mal los also ich muss ehrlich sagen ich habe viel schlimmeres erwartet könnte sagen was ihr wollt aber ich mir gefällt es einfach also schaut mal wir kommen hier rein werden erstmal gegrüßt von diesen zwei statuen gehen hoch und sehen unser schlafraum ob ich hier einfach die komplette höhle im blick haben ich euch mal gönnen ich doch ultra geil aus weil wir dann einfach ein text oder so haben wo halt connected glass ist und dann ist alles noch connected ist dann wird es erst recht geil und kann sie auch sehen ich habe sie noch ein kleines dächtchen gebaut und ich würde sagen dass wir dann hier oben auch ein scheißes licht haben unsere kleine schlafzimmer weil ich sagen wir bauen noch ein paar laternen hin das ist noch auf jeden fall ein bisschen angenehm aus so aber dass diese ultra viel geschafft haben würde ich auch mal das video beenden schaut unbedingt morgen oder heute ich weiß nicht wann das video kommt heute nämlich übrigens am donnerstag fertig auf auf jeden fall schaut morgen oder heute vorbei um 15 uhr ab da sind wir live auf youtube und dann besiegen wir den ender drachen und machen die königswahl dann auch um 18 uhr also ich freue mich wenn ihr dabei seid und tschüss I can feel the blood creeping up from the heathens got want fight got pride got reason if they want to go eat then you know im gonfeed them if you come up for me hope you ready for a demon i got eyes in the back of my head i'm seeing take me for Bis zum nächsten Mal.